Heure Juts und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Mario Kart mit Idems, Dalu, Destiny und ich bin Baloui. Und Miri. Hallo. Hallo. Miri wird es nicht mal mehr vorgelesen. In der letzten Folge. Das ist hart. Make Blue für Dalu einmal. Vielleicht wollte sie in Cognitur fahren. Ja, ich bin nicht mehr dabei. André. André. 396. Ne, der heißt nicht André, der heißt, dass er wieder zurück ist. André. Wie schenken denn Russen André aus? André. 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 Wenn der André heißt, würden die Russen ihn auch André aussprechen. Sicher? Ja, wenn wir jemanden kennen, der, keine Ahnung, Joel heißt, dann sprechen wir den doch auch Joel aus, wenn er uns sagt, dass er Joel heißt. Jöl. Jöl. This is my trusty hammer, Mjölnjöl. Jöl. 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 9 gibt es den Spielmodus, da kannst du alle Maps an einem Stück fahren. Also die werden so aneinander gereiht. Eine riesige Map. Auf Call was Kompetentes gecallt und dann gemacht, das ist neu. Okay, Yannick. Für dich. Leider wurden die anderen Roten wieder von den anderen... Ich wollt grad sagen, waren da nicht ein paar mehr noch eben? Du kannst als Zweider dich auf den Ersten schießen. Du musst akzeptieren Zweider zu werden, ansonsten bringt's nix. Wir waren jetzt auf den Blauen halt. Aber liegt auch nur daran, dass die Leute hinter dir nicht mitspielen. Ja, Entschuldigung. Oh. Ja, du hättest auch an mir vorbeifahren können auf den Ersten schießen können. Ich hab eventuell einen Fehler gemacht. Ich war ja weiter hinter dir, ich wär ja nicht vorbeigekommen. Au. Die Russen haben mich. Ich hoffe, die trifft dich noch. Au. Ne, der ist vorbeigefahren. Ne, nicht dich. Leute, die hat irgendwie... Die hat einen Fünften oder so getroffen. Hä? Hä? Wieso bin ich... Moment, wieso... Ich war kurz Erster am Ende, dann wieder Zweiter. Die Blaue, die ich abgeschossen hab, ich war Fünfter zu dem Zeitpunkt. Ja, die wollte auf den Ami, aber der war irgendwie auf einmal woanders. Ja Moment, die ist an Items vorbeigefahren und dann hat die umgedreht und hat hinter mir eingetroffen. Ja genau, die ist rückwärts wieder irgendwie so. Hä? Ja, das war cool. Der hat sich gedacht, anderes Tag ist. Ich seh auch nicht, dass irgendwas auch mir vorbeigefahren sein soll. Ich hab alles getroffen, gerade am Ende. Bitte nicht das alte Regenbogenboulevard, das ist die schlimmste Strecke von allen. Die ist für Profis, die hat kein Rand. Ja eben. Da kann man runterfallen, da bin ich nicht mit einverstanden. Guck mal, jetzt wird kein Mensch mehr die Animal Crossing Strecke fahren. Ja, wir hatten das... Ich bleib dabei. Der Gag ist ja schon durch. Die wissen alle schon, oh, in der Session hatten wir das schon, wir gucken nochmal nach anderen. Ja. Die wissen, dass wir keine zwei Strecken pro Session fahren wollen. Genau. Und wir fahren fünf oder so pro Session. Das Memo hab ich nicht bekommen. Ich wollte ja nie wieder Babypark fahren. Kommt echt selten vor, ne? Dass wir zweimal die gleiche Strecke fahren pro Aufnahmesession. Wie viel gibt's, 48 oder 54? Wie viel Strecken sind? Ja. Chance liegt ja auch nur bei 2,23 Prozent. Also... Ja, was? Was? Nee, ich glaube nicht. Doch. Ich glaub schon. Nee, du warst gut in Mathe. Mach mal, rechne mal aus. 2. Weil... Also ich bin maximal ein Prozent weg. Kannst du ihn mal gerne haben. Nee! Dee, 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 dee. Oh, das stimmt gar nicht. Oh, ich glaub Miri hat's bekommen. Ich wüsste das anders ausrechnen. Ich hab das nur gesehen, wie einer noch einen grünen hat. Ich wollte dich retten. Ich wollte dich nur retten. Den gehen wir nie wieder besuchen. Dann würde was fehlen. Sei doch ehrlich. Wir holen Weihnachts-Dodo wieder ab. Der ist immer undankbar. Der schenkt ihm nie was zurück. Sag immer, ich schenke das und vergesse ich. Der schenkt mir rote. Viel Spaß, wer auch immer eine Münze geklaut hat. Eine Münze. Ob das klappt? Warte. 3, 2, 1, so. Der könnte blau den noch erwischen. Oh ne, keine Sorgen. Das war die Fisherman's Friend. Ach, ärgerlich, was die Items angeht. Oh nein. Nee, wirklich nix. Oh, der war knapp der Grüne. Schnell mal meine Feuermunde wegwerfen. Okay, jetzt nur noch das richtige Timing für Yannik. Und zack. Ja. Die fährt natürlich ganz woanders hin. Also ich hatte übrigens auch eine Hupe und eine Banane. Also ich habe beides abgewehrt. Ich werde leider verfolgt. Ich werde... Von so einem pinken Shy Guy. Ja, und der wird halt wieder auf mich schießen. Hallo. Katze! Nee, der eine rote hat getroffen jetzt gerade. Der kam an. Wie kann der denn ankommen? Da war doch noch eine. Oh Mann! Nee, die kam kurz danach. Ich war zu langsam. Katze! Katze, bringen wir um. Der eine Typ heißt Mario. Aha. Ja, gib das. Als ob da noch ein blauer kommt. Nee, warte. Ich muss dich vorher mit dem roten stoppen. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Yannik! Tschüss! Ich hätte früher bremsen müssen, um dich noch mitzunehmen. Ich habe extra noch alle meine roten rausgehauen, um dich vor der Ziel. Ja, der eine hat mich noch getroffen, aber ich hatte noch Münze noch. Ah, fünfter. Gutes Mittelfeld heute, gutes Mittelfeld. Ah, zwei blaue machst du nix. Aber Items ist heute echt da, oder? Der nimmt sich heute nicht. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr. Katze! Ich bin fein! Nein! Wer am Ende in der letzten Runde kurz vorm Ziel noch eine Rakete kriegt, da ist gar nichts mehr. Fein dran! Du bist nur unratig, weil du keine hattest. Ja! Ich fang erst da rum. Wie guckt so knurfig? Wer jetzt genau? Das Luftschiff? Nee, die Burg. Die Pflanze natürlich. Dalu nimmt die furchtbarste Strecke von allen. Wieso? Alleine vom Blick her ist das die schönste Strecke. Die guckt so traurig. Ja. Die Zyklopenburg guckt so traurig. Ich dachte, die guckt glücklich, oder? Ändert sich das jedes Mal, wenn man die Map nimmt? Dann kann man halt die Sichtweise drauf an, ob man vorher gewonnen hat oder nicht. Ja. Ja. Aber Lui guckt immer traurig. Ey, ey, ey. Jetzt komm ich nicht zu deinem Konzert. Oh meine Strecke. Wenn du weiterhin so gemeint bist, komm ich nicht zu deinem Konzert. Haben sie sowieso nie. Ich war schon mal da. Geht ja lieber Pokémon spielen. Ja, aber hundert Jahre her. Das ist auch die Designlage. Ich hab auch mal einen Augenblick von dir auf der Gamescom gekriegt. Hast du echt? Nee. Ich wollte schon sagen, es gibt doch nicht jemals. Alter, ich meine, ich kann behaupten, Dalu war schon mal auf einem Konzert von mir. Das kann ja sonst keinem behaupten. Das können nur wenige behaupten. Das stimmt. Selbst Idems war noch nicht auf dem Konzert. Ich war auf dem Live-Konzert an der Hochzeit. Reicht das? Das waren zwei Lieder. Da wurde ich auch nicht eingeladen. Oh, hey, check das. Wir haben Dalu nicht eingeladen, der ist sauer deswegen. James Early Boy war da, ja. Ja, das Problem war, wir konnten entweder Early Boy oder Dalu Cut. Da war die Wahl relativ eindeutig. Ja, Early, die brauchten jemanden, der mich wehrt. Das war das Problem. Nee, wir brauchten jemanden, der auch potenziell viel Geld hat und einem gute Geschenke macht. Alter, den goldenen Lambo, den ich extra schon vorher gekauft hab. Den musste er extra wieder in Zahlung nehmen. Den hab ich eingeschrott lassen. Den musste ich wieder einschmelzen lassen. Das war ne Arbeit. Wir hatten halt zu der Zeit leider nicht so viel zu tun miteinander. Vielleicht wärst du gekommen, wenn du mit Miri und mir mehr aufgenommen hättest und du uns nicht liegen lassen hättest. Erst seitdem bei dir nicht mehr so gut läuft, kommst du zu uns angekommen. Ich lass niemanden links liegen. Erst, wo es bei uns nicht mehr so gut läuft, kommst du wieder an hier drauf. Das ist auch ne neue Logik. Verlust Logik. Nee, nicht Dalu, nee, nee. Hab ich schon gesehen. Ich wusste, den Blauer hat viel zu lang in dieser blöden Röhre gebraucht. Die war nämlich schon einmal ganz knapp hinter mir. Ich hab für dich, glaub ich, die andere bei grad abgeschossen. Nein. Es macht Brutzel nicht. Brutzel. Wie viel Diefens haste. Ach komm. Mehr als ein. Brutzel? Ja. Wie viel ist denn mehr als ein? Zu wenig. Ich bin runtergefallen. So, bei mir. So, einmal getroffen werden ist okay. Oh. Da kam ne Grüne von vorn. Ja, hat die dich getroffen? Ne, die hat meine Grüne, die ich hinter mir hatte, abgeschossen. Verdammt. Naja, besser als nix, ne? Oh, das war böse. Wer ist der Bowser, den ich hier gleich überrunde? Oh nein, Walu fährt ja den Blauen Yoshi. Oh, das war. Ey. Dünnes Eis. Dünnes Eis, Freundin. Dünnes Eis. Mach doch den Wegs aus. Nein, der kommt vom Blauer nicht. Mein Timing war trotzdem mies. Da ist er. Feuer. Rote. Komm, komm, komm. Nein. Warte. Ihr Weg. Gib Gas. Ihr Weg. Gib Gas. Nein. Boah, Miri, du mit der Eisblume. Ich hatte nen Stern, aber okay. Okay, du mit fast deiner blöden Blume. Dieser Blaue wieder in der letzten Kurve. Ich dachte, du hättest das mit der Blume. Wer war das? Katze? Guck mal, ich hab fast 2000 Punkte. So. Nice, Miri. Aber du fast. Ohne Katze hätte ich schon 2000. Hm. Ich arbeite aktiv. Ah, Janik, ey. Du bringst ja nicht so viel da, wenn du am Ende so abkackst. Ich arbeite aktiv da, damit es so 5000 Punkte kriegen. Aber dass bei dem Zelda Schloss jemand zu Spisches guckt, das könnt ihr sehen, oder? Wie du mich rabben musst. Hä? Wer guckt wo? Die Türme von dem Burgtor. Das war trotzdem knapp. Das Burgtor sieht so ein bisschen so fragwürdig aus. Also der guckt so. Hä? Siehst du das nicht? So Stilaugen auf dem Tor vorne? Ich glaube, dass viele Aufnehmen mit euch bekommt ihr nicht gut. Das hat mit dem Aufnehmen nichts zu tun. Okay. Der ist im Moment einfach verpeilt, der Junge. Ich mach da echt ein Video zu. Okay. Ich ruhe direkt drauf. Bitte. Ich ruhe direkt drauf. Am besten bevor die Folge hier rauskommt. Ja, hast du noch Zeit? Und du musst es bitte dann in Paint importieren und dann das Gesicht da auch zeichnen. Ja, das werde ich sowieso vor. Also, dass ich so ein Gesicht... Erst rede ich darüber, was das für ein Gesicht ist und was es uns sagen möchte. Also richtige Art Review. Und danach male ich oder lege ich per Layer ein Gesicht drauf, dass ich darin sehe. Du könntest auch pro Map eine Folge machen, dann hast du mehr Content. Ja, oder ich mach so... Ich mach einfach mal fünf Maps, bei denen ich Gesichtern sehe. Ja, aber das ist ja bei den Maps total einfach. Nein, nein, dass ich da Gesichter sehe, wo ihr sie nicht seht so. Also so Maps, wo nicht mit Absicht jemand reinguckt und glücklich guckt. Oder dass ich auch mal interpretiere, warum die so gucken und sowas. Das ist... Ich seh da... Ich seh da... Ich seh da auch Potential. Unbedingt. Unbedingt mal. Bombe im Tunnel. Ja. Bombe im Tunnel. So viele Emeralds, Burschis. Das fand ich mit. So viele Emeralds, meine Burschis. Hey, auch die Trulle hat mich hier rausgeschubst. Das ist ja auch nicht gefallen, items. Das ist okay. Na, wirf's dir doch. Trau dich. Wir sind hier straight ins Mittelfeld, ey. Ich hab nichts gemacht. Du hast nämlich nur einen 1er item. Du hast nur den Emeralds. Der Robine. Alles was ich brauche. Jetzt überhole ich dich. Komm schon. Noch nicht. Oh. Reicht noch nicht für Wünsche an, oder? Bestimmt war das Katze. Alles ist Katze. Was schlechtes passiert. Nein, die 8 war ich und du musst mich nicht reinfahren. Nein, ich wurde von einem grünen Panzer erwischt. Wieder an der selben Stelle. Ich krieg dir halt was. Oh, jetzt haben wir beide nichts. Ja, aber zum Glück kommt der Blaue hier. Nee, ich... Da muss ich mal kurz bremsen gerade. Reduzieren aber den Abstand wieder. Also wieder knappes Ding. Du warst vorne, weil ich halt für das Item gegangen bin. Aber dann kam der Blaue hier. Die ganze Zeit nur wie krass die sind, ey. Das ist voll nervig, oder? Ja. Ehrlich, hört euch mal auf bitte damit. Wir wissen, dass... Oh, jetzt werde ich wieder vom Treppen geschossen. Oh, was... Katze hat mich aus dem Weg geschubst. Das war nicht... Ich finde, wenn der Abstand zum Vorspieler mehr als 5m... Nein, mein Item. Okay, jetzt krieg ich ein Doppel-Item. Jetzt muss was kommen, Janik. Ich hab ne gar keine Banane. Jawohl, jetzt gib ihm aber richtig, ey. Oh, Mann ist das... Random Shot. RNG, der kommt gut. Der Blaue! Und diesmal kommt davon... Wie der Blaue? Moment! Und diesmal kommt davon... Nein, den Grün aus der Seite! Puh! Okay. Ich hatte... Falls ich den abbekommen, hätte er nicht getrötet. Das war's. Ach, Kacke. Ach, Mann. Ich bin vom Ziel stehen geblieben und abgetrötet. Ach so. Nein, jemand hat mein Item geklaut. Aber er war relativ knapp dran. Ich hab am Ende auch Fahrfehler gemacht. Ich wollte mal wieder wissen, wie ist es letzter zu sein. Bestimmt, Katze. Nein, nein, nein. In dem Fall wirklich nicht. Ich dachte, daran bist du Experte. Nein, nein, das muss ich auch mal üben. War Michi nicht bei 2000? Das ist so traurig. Wegen Katze. Wegen Katze. Wegen Katze. Ich war nur kurz davor. Gruselwusel Villa. Oh, da verlassen uns die Ersten. Gute Nacht. Alle unsere Randoms sind weiblich. Ne, bis auf einen Baloui-Klon. Es gibt keine Klone, das sind Leute, die mich verehren. Also ist dir da auch noch ein Timmy Turner? Ne, aber die heißt Joanna, glaube ich. Also ich weiß nicht. Da Juanita. Juanita X. Aha. Die gute Bewegungssteuerung. Ping. Oh. Oh. Ich hätte gern Polar gefahren. Primpi, Mirali, Juanita und M.Laurie. Und Baloui. Und Brage. Achso. Und Geister. Das war aber eine schöne Strecke. Da steht das für Baloui-Rain. Das war der Grimmstar, der Drache da vorne. Der guckt böse. Ich muss irgendwie an das Spiel mit dem Krokodok denken, wenn ich das sehe. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. New Deal. Du bist ein Krokodok. 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 Wir hatten das nie. Aber ich habe gehört, es gibt so eine Extended Edition mit Rasierklingen anstellt. Ja, aber die hatte doch nur der eine besondere da. Schade. Stück daneben. Dann block erstmal jetzt. Okay. Und den auch. Und den. Okay. Und den. Nee, warte. Jetzt wird es schwierig. Ja, ich komme wieder. Kleinen Moment. Miri. Miri, warte kurz. Mach ihn fertig. Nee. Jetzt ist aber gut mit den ganzen Bomben, die ich abbekomme hier. Miri und Juni. Hey. Ich gehe die Barsch gefahren vor lauter Leute erwischen mit der Blume. Komm ab da. Oh Gott. Jetzt bin ich hier im Pulk. Nee. Ach komm, schon kriegt ihr einmal drei Rode neben mir. Oh Gott, drei Rode. Irgendwer ist schon mal eine Banane gefahren, du. Das ist die blaue für euch und ihr kriegt vorher noch das hier. Okay. Nein, ich bin in Abgrund gefahren. Ich habe es schlecht getimt. Oh, ganz schlecht getimt. Ich wollte in den Abgrund springen vorher. Oh, ich bin schon wieder in Abgrund gefahren. Damit ich das Item noch mitbekomme, das Doppelte. Oh. Nein. Nein. Bin ich wieder... Nee. Das war so eine random Grüne. Nee, das war mein eigener Grüner, den ich davor aufgeschossen habe. Die ist links neben mir die ganze Zeit gefahren. Oh, die Bombe, ey. Miri. Okay. Ich bin Ceter. Also letzter. Da wird keine Blaue mehr kommen, habe ich gehört. Der Ceres ist abgefahren. Oh Gott. Da kommt eine Blaue. Ich glaube es nicht. Alter. Ich komme aus dem Stern raus und eine grüne... Jetzt kriege ich eine Tröte? Jetzt kriege ich eine Tröte? Jetzt kriege ich eine Tröte? Jetzt kriege ich eine Tröte. Jetzt überholt mich auch noch einer mit Kugel, Willi. Ich war da. Oh Mann. Lui. Der Kugel, Willi, hat dich überholt. Was soll das denn jetzt heißen? Komm schon! Jawoll! Dritter! Jawoll! Oh, hinter mir zwei Kugel, Willi. Let's the Rund, ey. Let's the Rund, ey. Let's the Rund, ey. Da kommt jetzt aber noch mal was Gutes. Was Neues. Toadshafen, Schatz. Toadshafen. Das ist einer der schönsten. Oh, alle einig. Naja, zwei unten rechts, dann war zwei Verräter. Der hat so einen Boomer da unten rechts da. Und sein Sohn. Mit Bewegung bis Stolper. Deswegen ist da noch eine Lücke inzwischen. Sie verriert von uns. Das sind so die Neuen, weißt du. Wir sind so eine Lobby. Wir wählen alle dieselben Strecken. Und die beiden Neuen kommen dazu. Shit. Die lieben jetzt auch gleich, weil sie sehen, dass sie nicht im Einklang sind mit uns. Ja, ich glaub, wir sind hier. Denken, dass sie unerwünscht sind. Als Placeholder dazwischen einmal Zufall. Sehr gut. Wenn die jetzt die Strecke kriegen, ne? Dann werden sie nur gepokuss. Ja, könnte sein. Oh nein. Das gibt's nicht. Das ist Betrug. Da freut er sich auch noch. Wie heißt er? Propain. Klingt wie irgendein Gas. Er ist für Pain. Propain. Dann kriegt er jetzt mal ein paar Spantern, ne? Das ist sein Motto bei der Erziehung seines Sohnes. Das ist sehr lustig. Schön, dass du so viel geholt hast. Oh, das ist ja wieder lustig. Ist ja witzig. Aber die Leute feiern unseren Humor schon ganz schön so. Da stehen immer sehr nette und lustige Kommentare drin. Ja, die anderen hier kommentiert keinen. Nein. Bei Mario Kart ist wirklich... Also die Leute haben echt Spaß. Da klappt einer ne Münze. Gönn dir, Brudi. Wenn dann aber richtig delicious. Miri hat mir die Items gestohlen. Ich bereue nichts. Ich habe keine Angst hinter dir herzufahren, wenn du Items... Oh, ich habe Angst hinter dir herzufahren, wenn du Items hast. Miri, jawoll, jawoll, jawoll. Miri, jawoll, jawoll. Miri, jawoll, jawoll. Miri, jawoll. Ihr müsst doch Danu aufhalten. Ne, ne, ne. Er wirft halt den OP-Boomerang zweimal nach hinten. Was bist du für ein Keck, Leon. Warum so zweimal? Ich habe wieder so eine blöde Banane hingeschickt. Da ist doch wer zum Überrunden. Irgendwann. Du bist doch in die Banane reingefahren. Ich bin extra reingefahren in die Banane. Oh, nein. Ja, guck mal, wie weit er hinten ist. Der bekommt nur Blitze. Der hat fünf Blitze, glaube ich. Ich mache dir das absichtlich. Nein, Katze. Meinst du, der schmuggelt? Einer war Katzen. Einer war Katzen. Einer Schmuggler? Oh, Katze, boo. Oh, lol. Jetzt habe ich einen roten Banane geworfen. Welches ist sein Sohn hier? Ich bin nicht sein Sohn, na. Aber er selber hatte 1000 Points. Oh, Mann. Ja? Hä? Da kommt Blauer. Der Geist mit der Banane war ich. Das war Katz. Das macht mir nicht anders. Das war voll gemein. Was hast du getan, Dalu? Da lag ein Stern auf der Schreife, kurz bevor ich die blaue abbekommen habe. Das Leben ist halt echt nicht klar. Nein! Ich war schon durchs alte Dalu. Nee! Du bist aber länger. Also ich werde eher wieder kleiner sein. Ja, Mann, das reicht nicht. Der Frick-Shotter kommt noch. Oh, ausgewichen. Ultran-Stick. Nein! Nein, der blaue noch für mich, das ist ja. Oh, war das gut mit der... Oh! Ey, das war so nice. Er liegt... Der Blaue kommt. Ich habe nichts zum Abwehr, da liegt ein Stern vor mir. Oh, danke. Der Überrundete hat für dich gearbeitet. Gib's doch zu. Wie hat er den gedroppt? Der erste. Was ist das? Er muss auch von den Litz getroffen worden sein, als er einen Achter hatte. Ja, genau. Das heißt, er hatte ihn gar nicht. Keiner gemerkt hat, das tut mir leid. Ich bin doch heute... Abmodellieren! Schnell! Ja, Leute! Wir hoffen, euch hat die Aufnahme gefallen. Schauen Sie mal wieder rein. Guckt gerne alle vorbei, um deren Perspektive zu sehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!